Oh, hallo YouTube! Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von... Follorten wir das? Das hat aber blöd gespeichert. Wir haben beinahe gestorben. Hat nix. Äh... Oh. Nein. Nein! Ach so, das blöde Ding fangen. Danke. Äh... Ja. Was wollten wir hier? Hier war nix. Genau, hier war nix. Außer die Eier von den Viechern. Oh, mein Hunger hat zugenommen. Tut mir ja leid, Hilfsmittel. Äh... Äh... Ja. Gecko-Stick noch. So. So. Ich muss mal eben da reinkommen. Äh... Wellkarte. Wellkarte, hab ich gesagt. Danke. Und zwar müssen wir da hin. In die Richtung da so. Hier durch. Genau, wir waren ja da drinnen. Oder hat es da nicht gespeichert? Ich geh noch mal gucken. Ah. Sack. Hier ist speichert. Okay. Die Fliege war halt einfach nur... ...nachzykler. Feinde in der Nähe. Rote Felsen. Erholungsgebiet. Bittersprings. Ach, wir sind schon da. Oder? Erholungsgebiet. Hm. Alles leer. Wo ist das denn? Bitte ein Erholungsgebiet. wenigstens etwas. Aber sonst ist hier alles leer. Kein Schätzchen hier. Eine Waffe irgendwie versteckt. Oder Munition. Oh, eine Matratze zum Schlafen. Hier im Bus sind meistens immer Koffer noch. Aber hier ist nix. Nö. Gehen wir jetzt in die richtige Richtung. Kann ich nicht so erkennen. Oh, Gott. Was? Ach, die Rappen. Sie ist leer. Ja. Ein bisschen nachher wieder überladen, aber das macht nix. Leere Flaschen. Leere. Oh. Ein spezieller Kronkopf. Leere, Leere, Leere. Oh, nix Großreitiges. Leere. Bleistift, Bleistift. Verdienstklemmbrett, nein. Ein paar Klammer Kronkocken. Oh, Kriegsgeld. Oh, wir sind voll. Aber macht nix. Wir trinken etwas. Und zwar hier unser lecker, lecker Schmecker hier. Und zwar hier unser lecker Schmecker hier. Okay, gehen wir mal hier. 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 Oh, kaputt Oh, kaputt Wie viele habe ich noch? Okay, Energiezellen Entleihen Energiezellen Kleinkorgen Laserpistole Kriegsgeld Ja, ja, sie sind überlassen Und können nicht mehr Schlösser heute Sehr gut Schlösser heute Ist das Ist das jetzt Etwas, was man Dietrich im 3 erhöht Leer, leer, leer Leer, leer, leer Gut Kann man irgendwas Miteinander reparieren Okay Aber ich brauche Sowieso nicht das blöde Messer Ähm, fallen lassen Und was haben wir noch Rede Was hast du denn sonst noch? Korbe repetier Granatengewehr Später Granate Dann nimm die noch Schadenbruch Das kannst du nehmen Okay Hast du noch Munition Und vielleicht Nee, nur Bier und so Und Strahlenschutzanzug Wissenschaft Okay Ähm Und noch 14 100 Und 1 100 9 Ach, nehmen wir die Okay, gehen wir wieder Gut Da waren wir dann auch drin Hinten sind schon wieder diese Viecher Na ja Nirgendwo was drin Schade Ja, ich muss immer wieder Auf die Karte gucken Geh mal auf die Straße hier Ist besser Ja, wir sind richtig Da oben sind wieder so Die Blöden Fliegen Oh je Moment mal Ist ich ne blöde Meldung Ich muss mal eben Ich hab ne blöde Meldung hier Oben Meine Güte Danke So Ach Die haben glaube ich eh nix drin Oder Kasselon Giftrüse Okay Wagt der auch was? Ich muss niesen Ne, der ist leer Gehen wir mal lieber die Straße entlang Bist du bald Ne Hier irgendwo sein Ja Sind richtig Ja, sind richtig Komme angekrochen So Ranger Station Bravo Wir haben es geschafft Keep out Die nehme ich auch noch mit Die nehme ich auch noch mit So Eingang Hier nicht Ön K Wo ist der Verantwortliche hier? Komm Wenn sie hier sind, um was zu verkaufen Dann haben wir kein Interesse Sergeant Rice schickt mich Ich hab ein Sicherheitsupdate für ihr Funkgerät Kein Problem Hey, tun sie mir einen Gefallen Und sagen sie ihr, dass wir keine weitere Munition brauchen Wir hätten aber nichts gegen mehr Wasser Warum versuchen sie die Versorgungslage nicht per Funk zu klären? Meinen sie, ich hätte das nicht versucht? Jedes Mal bestätigt Camp Golf unsere Situation Und wenig später gibt es trotzdem neue Munition Wie steht es um die aktuellen Wasservorräte? Wir werden so schnell nicht verdursten Aber für Wasser gilt, lieber zu viel als zu wenig Wenn sie zu viel Munition haben, könnten sie dann welche entbehren? Das kann ich nicht entscheiden Das müssen sie mit Ranger Ericsson abklären Okay, sprechen wir über etwas anderes In Ordnung Was meinten sie mit Munitionsüberschuss? Wir kriegen seltsamerweise dauernd Munitionslieferungen Ich hab nichts gegen Schießübungen Aber hier gibt es nichts, worauf man schießen könnte In Ordnung Was machen sie hier draußen? Das hier sind die Grenzen des RNK-Territoriums Und wir sind die erste Verteidigungslinie Hier draußen im Osten findet man keine Zivilisation Südlich von hier liegt Camp Guardian Aber sie haben auch Funkprobleme Und halten schon seit einer Weile komplette Funkstille Okay Fassen Sie auf da draußen So Mit einem Ericsson Ericsson oder so Okay Plündern wollen wir nicht Was führt sie zur Ranger-Station Bravo? Tilden meinte, dass sie einen Schuss an Munition haben Könnte ich welche kriegen? Tja, ist gegen die Vorschriften Material an Personen außerhalb des Lagers abzugeben Am Ende werden wir noch mit unseren eigenen Kugeln beschossen Was machen sie hier draußen? Wir sorgen dafür, dass sich die Legion nicht um Lake Mead schleicht Und der RNK in den Rücken fällt Auf Wiedersehen Ja Was gibt's? Auf Wiedersehen Ja Also wir kriegen nix Ja, wir sind ja auch nicht gut mit denen Kartenspiel What I know, I keep to myself The Legion awaits at the gates of hell And the NCR is gonna send them in Okay Ja, dann können wir ja wieder gehen Nächste Aufgabe Huch Jetzt einmal quer da rüber Bolt 34 Camp McCam Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt Nee Nein Eisenach Camp Golf Nein Was haben wir denn noch hier? Haben wir noch nicht entdeckt Haben wir nichts in der Nähe? Ähm, können wir nicht Ja, das ist doch am kürzesten Gehen wir doch mal nach Hause Good Springs Das ist eine gute Idee Und von dort aus Laufen wir dann da hoch Über den Friedhof Ach, zu Hause Ist es am schönsten Komm, Eddie Ich weiß gerade nur nicht mehr Wo unser Haus ist Ich hab's vergessen Good Springs Generous da Alles ist her Wir verkaufen ein paar Sachen Alles her Gehen Und dann Schauen wir mal Was wir bei ihm los werden Hallo Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, zeigen Sie Natürlich doch Erstmal Verkauf ich dir was Das hier Brauchen wir das? Ah, plus fünf Okay Brauchen wir Bier kannst du haben Hundefleisch gehabt Wo wir glaube ich Nichts mehr anfangen können Ähm Was haben wir noch? Riesenrattenfleisch So Stealthboy Ja, den behalten wir Dann gebe ich Genau Das kann doch alles haben Zuckerbombe Und jetzt Kasador Giftkose Druckkoch Entleine Brauchen wir die? Weiß ich nicht Feuergeko Harmonika Hundefell Nein, nein Das sind Kameras können wir haben Die behalte ich mal Dämmbrett Kochplatte Lackierpistole Aber hat ich auch mal Rennen Skorpion Giftgröse Schrauber Schatzgeräten Dann Stangen Zigeräten Tertin Toaster Wetzstern Behalte ich glaube ich auch mal Oder Naja Dann Ich brauche Ich muss mal eben bei meinen Waffen gucken Akkupistole habe ich Aber die ist schön teuer Okay Wollen keine Einschussflinte Impuls Laserpistole Ich habe auch eine Laserpistole Die kannst du haben Warte mal Wo ist sie denn? Ah ADW Was ist das ADW? Naja Plasmapistole Habe ich auch Oder Ich habe Plasma Und Defender Was ist denn ADW? Keine Ahnung Was hier Messer Schaufel Ich bräuchte Munition Ich nehme die Ich weiß nicht was ich für welche brauche Auf jeden Fall Die Und die Und die Dann 357er 10ml Akkupistole MF Brüter Kaue Repetieren Brauche ich Drei 57er Auch 556er MF Zellen E Zellen E Akku Robuste Karavanenflinte Brauche ich Kaliber 20 22er Söldner 40mm 10mm Die nehme ich dir Kaliber 20 Kaliber 20 Kaliber 20 Ich will mir die auch noch So Aber hier Davon Kannst du ein paar haben Okay, damit bin ich einverstanden. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Immer mit der Ruhe. Gut. Ja, bis nach Hause kannst du ein bisschen was tragen. Und zwar die Akkupistole kannst du mal wieder nehmen. Und Dynamit und Granatgewehr. Das Lasergewehr nimmst du mal. Das kannst du auch halten. Dann das sowieso. Maschinenpistole. Nimm die auch mal. Und dann das nimmst du. Gut. Oh, was habe ich ihm gegeben, was mir hier fehlt? Ist ja wurscht. Bin mir noch überladen. Ach, habe ich keinen Schraubverkauf? Doch, habe ich doch. Hier, das nimm mal. Und... Kannst du nehmen. Das... Spitziges Wasser. Das Delftball kannst du wieder nehmen. Die kannst du alle nehmen. Wenn ich was brauche, komme ich zu dir. Was haben wir noch? Eine nimmst du. Das... Ich finde ich den Eintopf. Gekosteek. Gekofleisch. Muss ich alles braten? Okay. Wir können wieder laufen. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, das Haus war da hinten, oder? Das da. Wir waren lange nicht mehr hier. Deswegen habe ich das vergessen. Und Post. Klebeweil und Tasse. Der ist leer. Gut, dass sie zahm sind. Der ist auch leer. So. Trautesheim. Glück allein. Ach, hier habe ich so viele Patronen. Ich nehme mal alle raus. Und das Geld auch. Ja, die habe ich hier gelassen, weil ich die einfach... Hier habe ich so viele Sachen auch drin. Ja, eigentlich... Brauche ich ja hier... Ihnen hier. Kannst du mir die Sachen wiedergeben? Das, was wir nicht brauchen. Und eventuell nicht kochen können. Das brauchen wir jetzt hier rein. Das Death Boy kann er behalten. Die soll er tragen. Die auch. Die will ich nicht. Klar. Okay, Granatengewehr. Doch. Eigentlich die... Ich... Akku-Pistole. Notfall Das lassen wir hier Machete nehme ich mit Ameisenfleisch Mühbonbons Mühbonbons Junkfood Das lasse ich auch hier Ich bin immer noch so voll Hülse Das ist alles sonstige Die ich erstmal alle nicht brauche Das sind Hülsen Wo man dann später mal Muss ich die mitschleppen Nein Das lassen wir hier Pulverpistole, Pulvergewehr Das lassen wir auch hier Sensomodul, Spielkugel Den Wetzstein Kriegsgeld lassen wir auch hier Das sind halt Not Die sind immer noch ziemlich voll Gut, ich würde aber sagen Ich beende den Part Vielen Dank fürs Zusehen Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks Will ich mich sehr drüber freuen Und im nächsten Part geht es dann weiter Bis dahin Adios